Der Weltmeister startet in den heißen Herbst. Mit den zwei Heimspielen gegen Tschechien und Nordirland will die DFB-Elf einen großen Schritt Richtung WM 2018 in Russland machen. Überaus selbstbewusst gibt sich der Bundestrainer, weiß aber auch, wo der Schuh drückt. Die klare Vorgabe und die klare Zielsetzung heißt sechs Punkte in diesen beiden Spielen für uns. Wir haben es gelernt, das Spiel und den Gegner auch zu dominieren. Es hängt gegen fast alle Mannschaften einzig und allein von uns ab, wie wir spielen. Torchancen ausnutzen, das ist das große Thema. Diese verwerten soll nach dem Ausfall von Mario Gomez besonders die Offensivabteilung um Thomas Müller und Mario Götze. Auf der anderen Seite hoffen die Tschechen um Hoffenheim-Profi Pavel Kaderzabek auf eine Überraschung gegen die DFB-Auswahl. Doch Hoffnung, dass Sami Khedira und Co. den EM-Teilnehmer unterschätzen, besteht kaum. Natürlich haben sie nicht mehr diese großen Namen, aber ich denke, Mannschaften ohne großen Namen sind immer extrem gefährlich. Und dass in Tschechien ein guter, gepflegter Fußball gespielt wird und die Ausbildung sehr, sehr gut ist. Ich glaube, das ist uns allen bekannt. Aber ich wette mal auf Sieg Deutschland. Auf seinen Einsatz muss Khedira nicht mehr wetten. Löwgab bekannt. Zumindest im ersten der beiden wichtigen Quali-Heimspiele bekommt der Mittelfeldspieler von Juve den Vorzug vor Rückkehrer Ilkay Gündo an. Mehr Informationen auf www.joh-heimspieler-im.org Mehr Informationen auf www.joh-heimspieler-im.org Mehr Informationen auf www.joh-heimspieler-im.org Mehr Informationen auf www.joh-heimspieler-im.org Mehr Informationen auf www.joh-heimspieler-im.org